Tag auch, da bin ich wieder, Big Anox Barbecue. Heute machen wir Fake Gyrospita. Geht super schnell, ist richtig lecker und total easy. Und warum Fake und wie das funktioniert? Wenn ihr das sehen wollt, bleibt einfach dran. So und warum Fake Gyrospita? Ja, fangen wir mal beim Gyros an. Gyros gehört auch im Spieß. So und wir machen das heute nicht. So, wir werden nämlich, ich habe hier so ungefähr anderthalb Kilo Schweinennacken, den werde ich mir gleich schön in Portions mundgerechte Stücke schneiden. Dann werde ich mir hier zwei Zwiebeln schneiden, die kneten wir gleich auch richtig durch, dass dann alle zusammen reagiert. Und dann später werden wir das auf der Feuerplatte machen. Und würzen werde ich das hier mit Big Tucks Gyrosrap. Big Tuck, das ist so ein cooler Typ, Leute. Der hat auch einen YouTube-Kanal. Wie soll ich den beschreiben? Ich sage mal so. Der hat ordentlich an einer Murmel, aber so richtig, aber positiv. Ich mag den total. Ich gucke mir gerne seine Videos an, weil der lässt auch mal was explodieren. Finde ich super. Hat aber auch mega Ahnung von Fleisch und Räuchern und so weiter. Sehr informativ. Guckt euch das mal an. Und der hat mir hier sein Gyrosrap geschenkt. Und ja, den probiert ihr heute aus. Damit machen wir das. Also wie gesagt, erste Fake. Nicht vom Gewürz her, sondern von der Gyrosart. Gyros gehört eigentlich auch dem Spieß. Wir machen das schön klein. Vermengen das gleich alles und dann geht das auf die Feuerplatte. So, der zweite Fake ist die Pita. Ich sag mal so, wie soll ich das erklären? Ja, ich sag mal, Backen und ich, wisst ihr, das funktioniert irgendwie nicht. Also ich bin da, ich verhodere alles. Backen ist einfach nicht meins. Und wir haben mal vor ein paar Jahren, weil wir uns die Pita selber machen wollten, nach irgendeinem geilen Rezept geguckt. Und wir haben Amerikanisches gefunden, was total easy sich angehört hat. Und wir gedacht haben, komm, das probieren wir einfach mal aus. Problem bei der Geschichte war nur, man brauchte selbstgehendes Mehl. Und da haben wir so ein bisschen nachgeguckt und das war ein bisschen schwierig. Man kriegt das, man kann das bestellen, ist auch ein bisschen teurer. Aber man kann das auch selbst mixen. Und meine Frau, die mixt das immer auf Vorrat selbst. Das ist einfach nur Mehl, ein bisschen Natron ist da drin, ne? Backpulver ist da drin und Salz. Das ist schon alles. Das ist das im richtigen Verhältnis. Ich stelle euch das Rezept von der Pita und von dem selbstgehenden Mehl mal einfach hier unten als PDF-Dokument unter das Video. Dann könnt ihr euch das genau angucken, wie das funktioniert. Und dieses selbstgehende Mehl, jetzt kommt die zweite Besonderheit, wird einfach mit einem Joghurt vermixt und mit Backpulver. Wir haben das einfach beim ersten Mal hier mit diesem, ich weiß gar nicht, spricht man es phage? Nein, nein, es steht da drauf. Es steht sogar drauf, wie man es ausspricht. Faillé, genau, Faillé. Mit dem Faillé-Joghurt gemacht, 0,2-prozentigen. Zum einen natürlich gut für die Figur, obwohl ich glaube, ihr seht, dass ich da nicht so unbedingt drauf achte. Aber damit hat es halt super funktioniert. Und ist dementsprechend natürlich auch noch eine coole, ist das Low-Carb? Nein, Low-Carb nicht, aber ist eine kalorienarme Sache, nennen wir es mal so. Es ist, glaube ich, ein ganz gutes Weight Watcher-Ding. Daher haben wir es ja auch. Daher hast du das? Ja, okay, also. Daher haben wir. Bei dem amerikanischen Ding war halt noch das Problem, dass das immer, das ist ja immerhin so ein Cups angegeben. Meine Frau, die hat das mal umgerechnet. Wie gesagt, hauen wir euch hier drunter, dann habt ihr das auch. Das wird hinterher so eine richtig klebrige Masse. Die musst du dir dann halt wie so Pita-Brote platt machen. Und dann geht es einfach auf die Feuerplatte und dann werden die von jeder Seite einfach angegrillt. Und dann sind die fertig. Schmecken super geil. Wir machen das wirklich oft. Und auch in der Küche, in der Pfanne. Das funktioniert nämlich auch. Also ganz, ganz wichtig, das könnt ihr nicht nur da machen, sondern auch da. Ne, so. Ja, und im Endeffekt, das war es schon. Satsiki heute zeige ich euch nicht. Rezept stelle ich euch aber auch hier drunter, weil das macht gerade die Tochter drin. Die wollte das heute für uns machen und dann soll sie das machen. Aber wie gesagt, Rezept schreiben wir euch auch drunter. Ist total easy, schmeckt einfach nur geil und das benutzen wir. Es ist heute wieder schön knallewarm. Ihr seht es vielleicht an meinen Schweißperlen. Deswegen höre ich jetzt auf zu labern. Wir fangen an, schneiden die Zwiebeln, quetschen die ein bisschen durch, schneiden das Fleisch. Kommt dazu, bisschen Rub drüber, gut durchmixen. Nochmal eine Stunde, zwei im Kühlschrank stellen, damit es alles so ein bisschen reagieren kann. In der Zwischenzeit machen wir uns hier den Pieter Teich. Die eigentlich ins Laden machen wir uns erst kurz, bevor sie auf die Feuerplatte gehen. Und dann würde ich sagen, legen wir jetzt los. Wir sehen uns wahrscheinlich gleich erst wieder an der Feuerplatte. Also, bis gleich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. So Leute, jetzt ist schon zwei Stunden später. Das Fleisch hat also schön gezogen. Vor einer halben Stunde haben wir dann gesagt, jetzt machen wir mal langsam die Feuertonne an. Da seht ihr im Hintergrund, die ist jetzt schön knacker heiß. Wir gehen jetzt so vor. Hier haben wir ja den schönen Teich. Ich werde jetzt so ein bisschen weniger wie eine Hand voll nehmen und werde den ersten jetzt mal so vorbereiten. Dann gehe ich auch schon rüber zur Platte und fange an, die, ja ich nenne sie mal Pieter Brote, ne? Fake Pieter Brote. Nach und nach schon mal auf der Feuerplatte zu machen. Die kann man schon schön fertig machen, beiseite legen, hinterher nochmal heiß machen. Das ist absolut in Ordnung. Und dann kommt das Fleisch drauf und dann geben wir Gas. Und wie gesagt, ich mache jetzt nur den ersten und lasse mir dann von der Frau die anderen machen und immer hinterher bringen. Also, ich lege mal los, kommt mal ran und dann sehen wir uns gleich wirklich an der Tonne. Okay, also. Na Leute, ich habe da einfach nicht das Händchen für mit Mehl und Backen, das ist nichts für mich. Ich lasse die alle, meine Frau. Die kann die richtig gut. Also, ich gehe schon mal zur Feuerplatte, ne? Und ich glaube, ich nehme mir ein Bier für mich. Also, bis gleich. Prost! I'm the Elephant With my eyes closed, I feel comfortable In another world I'm not so vulnerable I know I'm not one you might call elegant But I'd rather be that than the elephant in the room If you were in my head If you were in my head If you were in my head You would hear me whine I'm walking on earth with With teary eyes Elephant I'm the Elephant Elephant I'm the Elephant I'm the Elephant I'm the Elephant Elephant So, Leute, und fertig sind wir und, ey, Feuerplatte macht schon mega Spaß. Erst die Pita-Brote, ihr seht, wie schön goldbraun die geworden sind. Ja, nur meine Fake-Pita-Brote, aber die sind echt geil dafür. Und dann das Gyros-Fleisch, ach geil, auf der ganzen Platte, das macht einfach Spaß und Laune. Und Tacky, wenn das Gewürz so schmeckt, wie es riecht, dann ist das Bombe. Boah, das riecht fantastisch hier. Und ich würde sagen, wir labern auch gar nicht groß rum. Wir bauen es jetzt zusammen. Bei mir auf dem Pita, Gyros-Pita, kommt nur das Zickifleisch und das Brot und das Wad. Ich mache da kein Salat drauf. Das ist für mich, die Zwiebeln ist der Salat. Also, kommt mal ran, wir bauen es zusammen. So, Leute, geil, oder? Ich freue mich da riesig auf. Meine Frau hat mich gerade nochmal darauf hingewiesen. Ihm sagt, Zicki ist auch Gurke, also habe ich Salat dabei. Von daher passt das alles. Der Hund hier übrigens, der arme Hund, der heute vom Itzger so ein Apparello an Knochen, nämlich die Nackenknochen bekommen hat, die wir heute ausgekocht haben, die wird der gleich kriegen. Der freut sich auch schon auf. So, Leute, ich würde sagen, probieren ist angesagt. Jetzt wird das hier einfach so zusammengeschlotzt. Und guten, ne? Boah, Butterzart und doch ein bisschen kross. Ich nehme mal hier nur Fleisch. Boah, Taki, dein Gewürz. Der Oberhammer. Ich verlinke euch den mal hier drunter. Geil. Da guckt aber einer traurig hinter der Kamera. Bist du ein bisschen neidisch? Mega. Mega, sagt sie. Boah, ist doch lecker. So, der Haufen ist natürlich auch für die Kids und für die Frau. Ach, komm hier. Komm, nimm ein kleines Stück. Wenigstens mal zum Gewürz probieren. Das heißt, die wollen sie jetzt auch, die Pietas hier machen. Oh, da freut sich jemand hinter der Kamera. Zeig mal. Geil. Boah, richtig lecker. Schöne Schärfe auch. Danke, Taki, sagt sie. Also, Leute, wie gesagt, eine geile Sache mit der Feuerplatte schnell gemacht. Aber auch in der Pfanne, auf dem Grill mit einer Planscher, auf einer gusseisernen Platte. Das könnt ihr überall drauf machen. Das ist wirklich auch wieder eine geile Sache. Oder in einer Gusspfanne. Also, da gibt es tausend Möglichkeiten. Super geil. Wir freuen uns, das jetzt hier reinzuballern. Ja, mir bleibt nichts anderes zu sagen. Abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke. Und wir sehen uns bei den nächsten Videos. Und boah, rein damit. Und tschüss. Ich glaube, es war gut, ey. Nein, ich beiß noch einmal. Dann gehen wir rein. Boah, tack, ey. Was hast du da für eine geile Scheiße zusammengemischt? Oh, mir läuft ja, glaube ich, hier so gerade rüber. Mega. Boah, super. Echt gut, ne? Echt gut, ne? Mh. So süß. Ich würde es gerne so in Kombi mal probieren. Mh? Gleich. Gleich. Warte, einmal beiß ich noch. Mh. Okay, Leute. Ihr seht auch schon wieder aus. Ich muss rein, sonst killen nehme ich hier. Also, bis gleich. Äh, bis später. Tschüss. Dachs Barbecue.